servus leute hi hi so ein kurzes zwischenvideo von mir ich war gestern angeln am rhein und auf wels und auf rietfisch eben so wie immer eigentlich oder so wie in letzter zeit immer öfter und ich habe den film jetzt eben fertig geschnitten und dabei sind mir ein paar dinge aufgefallen beziehungsweise ich bin gestern an den angelplatz gekommen und da saßen leider schon zwei männer das heißt ich konnte nicht filmen und ich bin ja abends rausgefahren das heißt dann wurde es relativ dunkel und dementsprechend wird so ein video meiner meinung nach so ein bisschen öde ja es ist jetzt so ein bisschen langweilig habe ich so das gefühl und meine frage jetzt an euch erstens welche themen interessieren euch am meisten postet es gerade mal runter in die kommentare das wird mich interessieren und zum zweiten findet ihr das schlimm wenn so ein video relativ monoton wird beziehungsweise ich war ja mit andy neulich mal draußen und damit zander rausgeholt und da haben wir zu zweit gefilmt und es war relativ relativ entspannt was das filmen betrifft aber wenn ich alleine draußen bin und dann noch solche gegebenheiten habe dass ich nicht einfach frei filmen darf dann finde ich werden diese videos relativ monoton und ich glaube so ein bisschen langweilig und meine frage an euch findet ihr das denn schlimm wenn so ein video monoton wird denn ihr wisst ja wenn man alleine filmt dann wird das ganze nicht ganz so spannend oder ich kann dann nicht ganz so viel nicht ganz so spannend dass die ganze das ganze video gestalten genau das so meine frage an euch und welche themen interessieren euch denn am meisten geht ihr denn selber auch auf welz angeln seid ihr seid ihr auch friedfisch angler seid ihr feeder angler und und interessieren euch die interessieren euch überhaupt die rezepte die ich auch noch veröffentliche ich habe mit diesem kurzen video jetzt das ziel euch so ein bisschen näher kennenzulernen und in erfahrung zu bringen worauf er denn so steht was ihr gerne sehen würdet genau denn dementsprechend möchte ich meinen kanal natürlich auch so ein bisschen anpassen und strukturieren jawohl also schreibt gerade mal eure eure wünsche eure anmerkungen zum film und so weiter schreibt das einfach alles mal runter in die kommentare damit ich mehr von euch weiß damit ich weiß ob euch das überhaupt gefällt was ich mache und genau ansonsten würde ich sagen schaltet morgen unbedingt ein ich denke dass ich morgen gegen mittag oder so das angler das angel video von gestern veröffentlichen werde und ach so genau was eigentlich auch noch interessant ist zu welchen tageszeiten und kann nach der maja schauen zu welchen tageszeiten bzw zu welcher wochenzeit und welchen wochentagen habt ihr denn so die meiste zeit wann soll ich meine videos rausbringen genau also von daher postet alles runter in die kommentare ich bin gespannt auf euren feedback und dann würde ich mal sagen petri heil bleibt gesund genau bleibt gesund bleibt unanständig und bis morgen tschau 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 tschau